Er ist sehr wählerisch, kein einfacher Kunde. Okay. Die Faustregel ist, im Zweifel für das Date oder Date, bis du nicht mehr kannst. Date, bis du nicht mehr kannst. Das soll heißen, solange es kein definitives Nein ist, ist es vorerst ein Ja. Im Judentum gibt es das Konzept des Hish-Tad-Lut, das bedeutet Anstrengung. Man kann nicht einfach die Füße hochlegen, entspannen und warten, dass alles in Ordnung kommt. Nein, ohne Fleiß kein Preis. Also im Zweifel für das Date. Date, bis du nicht mehr kannst. Und gib mir eine Chance. Ist es kein eindeutiges Nein, weiß man nicht, was es ist. Das findet man nur durch mehr Dates heraus.